Spontan, meine lieben Geschwister, habt keine Angst wegen Corona. Wir haben hier wegen meiner feuchten Aussprache die Scheibe hingemacht. Alhamdulillah, habt ihr nochmal Glück gehabt? So, ihr kennt das Gelaber bestimmt. Ihr kennt das Gelaber, deswegen wollte ich kurz darauf eingehen. Also nicht mein Gelaber, sondern das ist das Gelaber der Islamfeind. Das kennt ihr doch. Was sind ihre Lieblingsthemen, wenn es um den Islam geht? Thema Nummer 1, die Frau. Stimmt? Hab ich recht. Ja, okay. Thema Nummer 2, was noch? Was? Terrorismus. Nee, gehört aus der Frau. Jung, jung, denk mal nach. Kriege, okay. Achso, wir haben ja Rheinländer bei uns, genau, gut. So, was ist das andere Thema? Terror, Krieg, im Koran steht dieses und jenes. Und da haben sie zwei Verse, die sie ganz... Erstmal, wer kommt damit immer? Meistens, meistens christliche Missionare. Und das sage ich euch immer, wenn jemand einen Angriff auf den Islam startet, müsst ihr euch immer zwei Fragen stellen. Wer ist derjenige, der den Angriff startet und was will er damit sagen? So, was will der christliche Missionar damit sagen, wenn er mit einem Koranvers kommt und sagt, guck mal hier, was da steht, da steht ja das und das. Er will damit sagen, sowas kann doch nicht von Gott sein, das kann doch gar nicht sein. Das will er damit sagen, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das im Hinterkopf behalten. Okay, dann haben sie zwei Lieblingsverse und ich lese sie euch auf Deutsch vor. Ich lese sie euch auf Deutsch vor, die Lieblingsverse. Okay, suche zwei Vers 191. Und tötet sie, wo immer ihr auf sie trefft. Guck mal, was da steht. Sie wollen uns alle töten. Das kann doch nicht von Gott sein, dass er sowas offenbart. Okay, liessen wir den ganzen Vers. Nicht nur einen Satz, weil das hier ist der ganze Vers hier. Aber das hier ist das, was sie vorlesen hier. Die ersten Wörter. Wie viele Wörter hat er auf Deutsch, der Vers? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20. Ist egal, also Wörter ohne Ende, aber sie zählen nur die ersten paar Wörter auf. Tötet sie, wo immer ihr auf sie trefft. Seht ihr da, Islam passt nicht zu Deutsch. Wir müssen den Islam verdrängen. Mohammed Karikaturen zeigen. Okay, lies mal den ganzen Vers. Und tötet sie, wo immer ihr auf sie trefft. Und vertreibt sie, von wo sie euch vertrieben haben. Denn Verfolgung ist schlimmer als töten. Das heißt, von wem ging die Aggression zuerst aus? Von den anderen. Okay, weiter. Kämpft jedoch nicht gegen sie bei der geschützten Gebetsstätte, bis sie dort zuerst gegen euch kämpfen. Wenn sie aber dort gegen euch kämpfen, dann tötet sie. Solcher Art ist der Lohn der Ungläubigen. Also die gegen euch kämpfen. Jetzt kommt Vers 192. Kontext. Wenn sie jedoch aufhören, so ist Allah, das ist der Vers danach, so ist Allah allvergeben barmherzig. Das ist, wenn sie aufhören. Das heißt, sie erwähnen nur ein Stück. Sie erwähnen den Vers danach nicht, erzählen den Kontext nicht, um damit gegen den Islam aufzusetzen. Und guck mal, das kann doch nicht von Gott sein. Lesen wir mal den Vers davor. Okay, was sagt der Vers davor? Und kämpft auf Allahs Weg gegen diejenigen, die gegen euch kämpfen, doch übertretet nicht, Allah liebt nicht die Übertreter. Das heißt, das ist der Vers davor. Also, und kämpft auf Allahs Weg gegen diejenigen, die gegen euch kämpfen. Doch übertretet nicht, Allah liebt nicht die Übertreter und tötet sie, wo immer ihr auf sie trefft. Das heißt, wer hat zuerst die Aggression angefangen? Wer hat zuerst getötet? Die anderen. Und dann kommt danach, wenn sie jedoch aufhören, so ist Allah allvergeben barmherzig. Das ist ihr Lieblingsvers. Aber natürlich nicht der Vers davor, nicht der Vers danach und nicht der ganze Vers, sondern nur ein Teil des Verses. Was nennt man sowas? Sowas nennt man absichtliche Täuschung. Nennt man sowas. Aber das ist ja erlaubt. Laut dem Apostel Paulus ist es erlaubt, für die eigene Religion zu lügen. Um die Leute davon zu überzeugen. Das ist eine alte, bekannte Sache. Da können wir mal einen separaten Vortrag drüber machen. Ich habe sogar einen Vortrag drüber gemacht. Der heißt, warum lügen christliche Missionare, könnt ihr euch angucken, glasklarer Vers in der Bibel. Okay, jetzt kommen wir zum zweiten Lieblingsvers dieser Leute. Der zweite Lieblingsvers ist in Sure 9, Vers 5. Das ist der Vers. Das ist der Vers. Aber sie, sie erwähnen nur, er tötet die Götzendiener, wo immer auf sie trefft. Er greift sie, belagert die, lauert die in jedem Hinterhalt auf. Bis dahin kommen sie. Und was sagt der Vers danach? Das war Vers 5, jetzt kommt Vers 6. Und wenn jemand von den Götzendienern dich um Schutz bittet, dann gewähre ihm Schutz, bis er das Wort Allahs hört. Was kommt danach? Hast du gehört? Abschlachten? Nein, was kommt danach? Hierauf lasse ihn den Ort erreichen, wo er in Sicherheit ist. Erzähl mir mal, in welchem Kriegsrecht es das gibt, dass jemand dich bekämpft. Und der Vers davor zeigt auf, wer zuerst angefangen hat. Die Götzendiener. Jetzt kommt einer, der sucht Schutz bei dir, soll das Wort Allahs hören. Und dann wird er von dir an einen Ort gebracht und er darf einen Ort erreichen, wo er Schutz hat. Das ist das, womit sie kommen. Was ist immer einfach gegen die Leute vorzubringen, wenn das christliche Missionare sind? Dann sagen wir, okay, lass uns mal die Bibel aufschlagen. Lass uns mal die Bibel aufschlagen. Okay. Samuel 15, Vers 3. Ich habe übrigens einen Vortrag darüber, der heißt Blutbad in der Bibel. Ich will erst mal von vornherein sagen, wir als Muslime, wenn wir es mit der Bibel zu tun haben, sagen wir das, was der Prophet, a.s.w. gesagt hat. Lä tu saddiku ahal kitab wa la tu kathibuhum wa reka kulu amanna bilai wa me unseel. Wenn die Leute des Buches euch etwas sagen, so glaubt ihnen nicht. Also das heißt, du sagst es nicht, ja genau so stimmt, das ist richtig. Und bezichtigt sie nicht der Lüge. Das ist nicht von Allah. Sondern sagt, wir glauben an Allah und das, was er herabgesandt hat. Das heißt, wenn es um Shara'a geht, um Regeln geht, kann es sein, dass es eine Regel gab, die aus irgendeinem Grund komisch für uns klingt. Ja? Die vielleicht anders ist als heutzutage. Denn der Kern der Religion der Propheten war immer gleich. Allah sagt im Koran, so 16, Vers 36. Walakad ba'azna fi kulli ummatin rasulen an yu'vudullah wa chtenibu ta'hud. Wir haben in jeder Gemeinschaft Gesandte erweckt, dass sie den Menschen lehren. Dient dem einen wahren Gott. Dient dem einen wahren Gott und vermeidet die Anbetung des Ta'uds, der falschen Götter. Das ist der Kern der Religion, der Tauhid, der Kern der Akhida, mit dem alle Propheten gekommen sind. Aber die Shara'a, die unterschiedlichen Regelungen, können sich von Zeit zu Zeit und Ort zu Ort ändern. Nicht, weil Allah, der allwissend ist, eine neue Erkenntnis hat. Allah war schon immer allwissend und wusste, was er legisliert. Sondern, weil er aus einer bestimmten Weisheit eine andere Regel erlässt. Das heißt, wenn ich jetzt einen Vers aus der Bibel zitiere, zitiere ich den nicht, um die Bibel zu kritisieren. Wenn es um Shara'a, um Regeln oder Dschihad, um Krieg geht. Sondern ich erwähne den, um die heuchlerische Herangehensweise der Missionare zu kritisieren. Denn sie sagen, der Koran kann doch nicht von Gott sein. Dort steht, tötet sie, wo immer ihr auf sie trefft. Okay, ich habe ja eben den Kontext erwähnt. Jetzt schlagen wir die Bibel auf. 1. Samuel 15, Vers 3. Der Herr hatte mich gesandt, du dich zum König seines Volkes zu salben. Zu salben. Was ist salben überhaupt? Das ist ein Messias. Nur mal so nebenbei. Das heißt, laut Bibel gab es mehrere gesalbte Messiasse. Ja, so. Darum gehorche jetzt den Worten des Herrn, so spricht der Herr der Herrscher. Ich habe beobachtet, was Amalek Israel angetan hat und so weiter. Darum zieh jetzt in den Kampf und schlag Amalek. Das ist das Volk. So, schone es nicht, sondern töte Männer und Frauen, Kinder und Säuglinge. Töte Männer und Frauen, Kinder und Säuglinge. Hier der Vers in Surah 2, Vers 191 und 190, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ Und übertretet nicht. Allah liebt nicht die Übertreter. Im Tafsir davon kann man finden, der Prophet erklärt diesen Vers. Bekämpft auf dem Weg Allahs die, die euch kämpfen, aber übertretet nicht. Wahrlich, Allah liebt nicht die Übertreter. Zu der Übertretung, die man nicht machen darf, gehört, Kinder töten, Frauen töten, Greise töten, Mönche töten, Menschen, die nichts mit dem Krieg zu tun haben. Nur mal so nebenbei. Das ist der Tafsir, die Erklärung von diesem Vers. So, dann Numeri, das ist das vierte Buch Mose, 31. David steht dann, nun bringt alle kleinen Kinder und Knaben um und tötet ebenso alle Frauen, die schon mit einem Mann geschlafen haben, aber alle Mädchen, die noch nicht mit einem Mann geschlafen, lasst für euch am Leben. Kinder töten, Frauen töten. Der Rest der Frauen versklaven. Das heißt, lieber Missionar oder heuchlerischer Missionar, du sagst, der Koran kann nicht von Gott sein, wegen diesen zwei Versen, die ich gerade erwähnt habe. Zur selben Zeit sagst du, aber die Bibel ist von Gott und in der Bibel steht, an einigen Stellen, dass an einigen Stellen Gott befohlen haben soll, Allahu Alam, Allah weiß es am besten, Kinder zu töten. Kannst du mir bitte diese Logik erklären? Wie kannst du sagen, der Koran kann nicht von Gott sein, wo im Koran laut Sura 2, Vers 190, es verboten ist, wenn die anderen Aggressoren waren, Kinder zu töten, Frauen zu töten, etc. Aber zur selben Zeit ist das kein Problem. Womit kommt der dann? Was hört ihr dann? Dann hört ihr, ja, das steht im Alten Testament. Ich mache mich nicht lustig über die Bibel, ich mache mich lustig über die heuchlerische Herangehensweise. Das steht im Alten Testament. Ja, steht im Alten Testament. Ist das Alte Testament von Gott? Christlicher Missionar, ist das Alte Testament von Gott? Ja, klar, oder gehörst du zu den Anhängern von Markion? Das war eine Sekte, die schon lange ausgestorben ist. Das ist die Bibel. Die Bibel der Christen besteht aus Alten Testament und Neuem Testament. Das heißt, du glaubst, das ist das Wort Gottes. Also ist deine Argumentation schwachsinnig zu sagen, der Koran kann nicht von Gott sein, weil im Koran steht, du sollst töten, aber keine Kinder, keine Frauen, keine Kreise, aber zur selben Zeit sagst du, ja, aber die Bibel ist so. Also ja, aber, das ist wie so ein pavlovscher Reflex, aber das ist das Alte Testament. Du seien doof. Ich nicht sagen, du müssen jetzt töten Kinder, Frauen. Ich sage, stehen in der Bibel getötet Frauen auf Befehl von Gott. Das sage ich. Ich meine, man weiß nicht, welche Sprache versteht der? Es ist Wahnsinn. Dann schreiben sie dir drei Seiten und labern um den heißen Brei herum. Ich habe nicht gesagt, der Bibel hat dir befohlen, jetzt jemanden zu töten. Ich sage dir, um nochmal zu mitschreiben, für die Doofen zu Hause, nochmal zum mitschreiben. Also, so. Ich erkläre es euch nochmal, damit ihr es kapiert. Guck mal. Das ist Koran. Im Koran steht drin, Surah 2, Vers 190, Surah 2, Vers 191 zum Beispiel, dass man töten darf. Die anderen waren die Aggressoren, aber man darf nicht übertreten. Allah liebt nicht die Übertreter. Dazu gehört keine Frauen töten, keine Kinder töten und so weiter. Du sagst, das kann nicht von Gott sein, weil Gott macht das nicht. Zur selben Zeit sagst du, in deiner Bibel steht, dass Gott Moses befohlen hat, Samuel befohlen hat, vielen anderen Propheten befohlen hat, Kinder und Säugliche zu töten. Kannst du mir die Logik erklären? Erkläre mir die Logik. Kennt einer von euch die Logik? Nee, weil es gibt keine Logik. Es ist der pure Schwachsinn. Es ist der pure Schwachsinn. Du kannst nicht. Und daran seht ihr die Unehrlichkeit dieser Leute. Du kannst nicht sagen, der Koran kann nicht von Gott sein, wegen einer Regel, die mit dem Krieg zu tun hat, die dir brutal vorkommt, die der Gang von Konvention widerspricht. Und zur selben Zeit sagst du, die Bibel ist von Gott. Und es geht nicht darum, ob diese Regel heute noch gültig ist. Es geht darum, ob das von Gott herabgesandt worden ist. Ich glaube, bei euch ist das alle angekommen. Ja, ihr müsst verstehen, wir erklären das seit 10 Jahren, aber es gibt halt Leute, die haben einfach ein Brett vor dem Kopf. Ich würde denen einfach empfehlen, vielleicht mal Rukja, Rukja würde ich sagen, ich meine es ernst. Das ist Exorzismus mit dem Koran. Vielleicht sollte der ein oder andere mal in eine Moschee kommen, dass wir Koran über ihn lesen. Vielleicht kommen dann 65 Dämonen aus einem raus, eventuell. Ich würde es wirklich mal empfehlen, weil wenn man mit so einer schwachsinnigen Argumentation kommt, der hat echt den Knall nicht gehört. Und wie gesagt, mir geht es nicht um Kritik der Bibel. Null. Mir geht es um Kritik dieser heuchlerischen Herangehensweise. Wir glauben, dass hier viel Gutes drin steht, aber der Koran lehrt uns ganz klar und deutlich in Suche 2, Vers 75, in Suche 2, Vers 79, in Suche 4, äh, Suche 5, Vers 48, dass hier auch Verfälschungen mit reingekommen sind. Insbesondere im Neuen Testament. Wir glauben nicht an das Evangelium von Matthäus, wir glauben nicht an das Evangelium von Lukas, wir glauben nicht an das Evangelium von Markus und auch nicht an das Evangelium von Johannes und schon gar nicht an die 13 Briefe des sogenannten Apostel Paulus und die restlichen Briefe. Denn der letzte Prophet vor Mohammed war Isa, a.s. und erst im 4. Jahrhundert nach Christus haben die Christen sich nach jahrhundertelangem Streit, und das kann man alles nachprüfen, weil manche dieser Missionare denken, die Bibel wäre so, das Neue Testament wäre so vom Himmel herabgekommen. Erst nach jahrhundertelangem Streit haben sie sich auf 27 Bücher des Neuen Testamentes geeinigt. Das wollte ich nur mal kurz an dieser Stelle gesagt haben. Wie gesagt, war ein kleiner Kurzvertrag, spontan. Bis zum nächsten Mal, meine lieben Geschwister. Assalamu alaikum.